So, frisch aus dem Aufzug, Portal. Und wir sind in der Folge 4. Glaub ich. Oha. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Sie werden ge... Moment, ich werde gebacken? Ah ja, okay. Hallo. Oh, hallo. Ich flüchte dann mal, wenn's kein Problem ist, ne? Bis dann. Ähm... Wo bin ich hier? Hm. Ah! Ja! Ach, Leute. Dieses... Ach, ich liebe mein Leben. Dieses... Alter, dieses Radio, ne? Komm ich hier überhaupt weiter? Warte mal, lass auf die Tür. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Hey! Komm mit! Hey, ohne mein Radio geh ich nicht. Ah! Das war's mal ne dumme Idee. Aber es läuft noch. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Danke. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ich mein, ich könnte natürlich... ... ... ... ... ... ... ... Nein, 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 nein. Weh, du fällst da rein. Oh Gott, das ist so unhandlich. Tut mir leid. Ach. Ah. Ja, irgendwie. Das sieht auch cool aus. Ah, okay. Äh, Shift. Genau, Mindekraftstyle war das ja. Diddle-de-de. Diddle-de-de-de-de-de. Hm. Komm ich denn nicht her? Da komm ich her. Wie komm ich weiter? Also da, ganz schön Hardcore. Okay. Hopp. Eih, das Radio hat mich umgebracht. Radio, warum? Ach, Mann. Ja, ist okay. Ist okay. Das ist ja echt geil. Aber ohne mein Radio gehe ich hier nicht weiter. Tut mir leid. Okay, Leute. Auf ein Neues. Diddle-de-de. Hm. Versuchen wir mal, ob das ohne Radio überhaupt geht. Geht das so? Ah. Okay, das geht. Vorsichtig. Los. Ja. Okay. Vorsichtig. Diddle-de-de-de-de-de-de-de. Alter, das ist ganz schön groß hier, ne? Da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Bin ich da hin? Ah, gehen wir mal lang. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hm. Oh Gott. Ähm. Hallo? Hallo. Ist der unten so? Ich komme gleich wieder, Nico. Äh, Radio. Hui. Hm. Uh. Da will ich echt gerne hin. Irgendwie. Aber wie komme ich da hin? Zack. Oh Gott. Wirklich? Oh Gott, ich kriege ja echt Spindelgefühle hier. Na gut. Komm, wir haben das Radio weggehen. Nein! Nein! Radio. Fuck. Aber habe ich es echt ganz, ganz doll gemacht? Oh, hallo. Ist denn hier los? Äh. Hier will ich gar nicht rein. Aber da ist das Ding. Wie lange? Äh. Alter, ob ich das so schnell hinkriege. What the fuck? Was ist das denn für ein Level? Die wollen mich doch umbringen. Also ganz offensichtlich wollen die mich umbringen, aber... Wie? Okay, ich weiß wie. Ja, wie? So schnell? Okay, das ist echt eine Challenge. Alles geschafft? Ist es da? Ja, es ist, glaube ich, da. Ah! Und jetzt? Und jetzt? Ich sagte, und jetzt? Wie zum Teufel komme ich hier wieder weg? Ach, Mann! Nicht dein fucking Ernst. Darüber... Wie werde ich die da los? Das ist doch komplett bescheuert. Ich muss das Teil benutzen, um die Teile rauszulöschen. Ach, Mann, das hätte ich vorher machen sollen, wahrscheinlich. Macht's jetzt was? Hör auf, mich anzuschießen. Bitte, bitte, bitte. Nein! Nein! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Los! Schieß! Schieß! Schieß was! Schieß was! Nein, so knapp. Oh! Alter! Dubstep! Komm, 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 mach schon. Jetzt schieß ihn ab! Na los! Komm schon. Ah, so knapp. Okay, Moment. Das kann man aber ganz kurz mit dem Feuer durchgehen. Oh! Aber ich glaube, ich habe die Idee. Haha! Da ist er komplett gestört. Ah! Warum jetzt hier? Und warum noch mit dem? Ach, was ja doof. Oh! 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 Jawoll, richtig ins Gesicht! Bam! Wack, 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 wack! Wack, 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 wack! Ah! Ah! Komm schon, trifft das Nein, das hat nicht getroffen Fuck Hör auf damit Schieß schon Ach Gibt's doch nicht Komm, 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 wer hat getroffen Ah Komm schon, komm schon, komm schon Los, schieß Und jetzt treff ihn Oder ist Hab ich's getroffen? Nein Da ist ja noch einer Hat er einen getroffen? Ja Du bist sowas von dran Was? Wie treffe ich den denn? So vielleicht Wieso treffe ich den nicht? Ja, den muss ich doch eigentlich treffen Das muss vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts Au Okay, Leute Jetzt ist aber echt ein bisschen Spannung hier Hä? Ja, ist okay, kleines Ding Bitte, geh einfach Ich sterbe doch jetzt einfach Warum? Ich würde gerne selbst einfach vorbeischauen Und Hallo sagen, äh Ich fühle mich eh so Halb ohne meinen Kugels Ist voll schwer Den von hier zu zielen So Das ist echt krass Aua, aua, aua Nein, böse Komm schon Warte, kann ich von hier schauen, ob ich ihn treffe? Ich treffe ihn nicht So vielleicht Ja Stück noch Ich kann also quasi von hier gucken, ob ich ihn treffen werde So nicht Nein Ja, so Okay Das heißt, jetzt da drauf und Ja Alter, okay Gut Ah, schon wieder ein Strandleck Alter, was soll das denn? Ich glaube, das liegt aber am Spiel und nicht an meinem PC Also dürfte eigentlich nicht an meinem PC liegen Äh, ich meine Irgendwann, wenn ich euch F3 zeigen würde, ne? Dann würden wir Minecraft spielen, sage ich euch Krasser Shit Komm mit Okay Puh Und Und dann Mit diesem Würfel Kann ich mir dann die Tür aufmachen Wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Nicht dein Ernst Ah ja Ach, ich hasse mein Leben Okay Von da Da Schießt du noch? Bitte sag, du schießt noch Warum schießt du nicht mehr? Bitte? Pretty please? Ach, Mann Okay, Leute Wir müssen das Game hier neu starten Aber Eigentlich muss ich jetzt los Ich hab jetzt nämlich Schule Verdammt Da ist es jetzt echt ein bisschen ungünstig Weil das Problem ist Ich muss hier wieder rauskommen Und normalerweise könnte ich halt hier auch rauskommen Ohne Dass ich ein Portal setzen muss Deswegen könnte ich hier wieder zurück So ist das Ding ja natürlich zu Und ich kann nichts machen Weil eigentlich hätte ich die Dinger hier vorher töten müssen Das Äh, genau Wie wäre ich Doch, dann hätte ich hier zurück Oh, was ist denn da? Okay, Leute Vielleicht doch noch nicht Vielleicht ist es doch noch nicht alle Tage Abend Was ist denn das? Oh Gott Puh, das war knapp Da will ich hin Let's go Vielleicht hätte ich jetzt aber den Würfel mitnehmen müssen Wahrscheinlich Ich, ich nehme mal den Würfel mit Ich gehe nicht ohne Würfel da runter Hm Da ist auch noch was Was hat das zu bedeuten? Warum ist das Ding dann aus? Habe ich das vielleicht für irgendwas gebraucht? Was ich überhaupt nicht jetzt Also was ich eigentlich hätte machen sollen Aber ich habe es nicht gemacht Ich meine, ich habe ja generell eigentlich alles falsch gemacht Ich habe von da aus gekämpft Das wäre eine dumme Idee Das wäre richtig schwierig gemacht Ähm Hopp Naja, mal schauen Ah, okay Ah, es geht wieder auf Oh, Leute Okay Oh mein Gott, Alter Wie komme ich jetzt Moment mal Wie komme ich jetzt da rüber? Okay, Moment Hallo Alter Alter Dieses Spiel Eieiei Oh mein Gott Nicht euer Ernst Und kein Checkpoint? Ich meine, wahrscheinlich ist ein Hidden Checkpoint so Aber What the Fucking fuck Okay Let's go Äh Hopp Und Da kommt Nein Ich bin schon viel zu niedrig, glaube ich Kann ich nochmal ganz kurz Wo ist nochmal Wo muss ich denn Moment mal Leute Wo bin ich? Ah Moment, Moment, Moment Rechtsklick Äh Da Kurz mal von vorne anfangen Also, Moment Als allererst Da hin So Gut Springen am Anfang So, dann Linksklick Dann Rechtsklick Und dann Ah Verdammt Äh, Leute Warum dreht sich die Kamera so doof? Ah Nochmal Ach, Moment Ich hab's geschafft, oder? Ich hab's geschafft Nice Jetzt muss ich da hoch Ach Ei, ei, ei Sehr gut What? Ach 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 Alles klar, danke Schön, dass ich das, äh Bevor ich die Seminare abgeschlossen habe Mache Danke Oh mein Gott, Leute Gut Ah Wieder ein bisschen Aufzug fahren Ich hoffe, dass wir ein Radio bekommen im nächsten Level Das wär mal schön So Level 19, oder? Willkommen beim letzten Test Wenn Sie fertig sind Geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein Oh, Leute Oh, Leute Aber für das letzte Level haben wir heute keine Zeit mehr Ich würde sagen, das nächste Das Finale machen wir morgen Ähm Und dann schauen wir mal Wie wir hier Das Spiel beenden Anscheinend mit Kuchen Und mit Ertrinken Und Weiterem Zeug Gut, dann würde ich sagen, wir sind beim nächsten Mal Und, äh Bis, äh In der Endlichkeit und viel weiter Tschüss 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 Just Tschüss